so pikachu und die haben sie lacht weihnachten nicht vorbei wir machen eine zweite reaction wünsche ich jetzt schon mal frohe weihnachten einen happy happy new year merry christmas was immer und die letzte weihnachts reaction ist wieder typischer christmas song für die recht geil aus diesem jahr sind sicher noch weitere christmas songs rauskommen aus der kpop schmiede aber ich habe leider nicht die zeit gehabt dass ich auf alles reakt aber ich habe jetzt einmal am vierten advent und das am vierten advent und das zu weihnachten mal reaktion rausgeholt weil ich brauche videos und ich habe mir gedacht wenn schon weihnachten ist dann nimmt man noch ein paar weihnachts song reactions mit und das ist wieder absolut der banger der bleibt wieder im ohr hm 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 let's go so a galico lab ohja der sang bleibt so was von ihm ohja ohja sie sind alle so sweet ohja ich habe keine ahnung wer wer ist aber es ist einfach so ein haulsam video und sie harmonieren einfach perfekt dreamcatcher wann kriegen wir endlich unser weihnachts album ich will einen verdammten dreamcatcher christmas song haben jetzt sofort das ist mein verspäteter weihnachts wunsch ich will nächstes jahr ein dreamcatcher christmas album danke ohja geiler track auf alle fälle absolut geiler weihnachts song kommt an definitiv auf meine playlist definitiv die nächsten jahre rauf und runter laufen genau so wie christmas den dreamcatcher bringt endlich ein verdammtes weihnachts album und wenn es nur ein verdammtes single ist ich will einen fucking dreamcatcher weihnachts song holy das kann ja nicht so schwer sein mittlerweile sieben jahre seitdem fast acht jahre auf dem markt und ich habe sogar einzige weihnachts special oder sonstiges ich will euch jetzt einen wunderschönen 25 dezember eine wunderschöne weihnachtszeit habt spaß mit eurer familie euren freunden damit wenn ihr weihnachten feiert wenn ihr weihnachten aller verbringt ich werde wahrscheinlich am 26 morgen auf twitch oder tik tok live streamen muss ich schauen was ich bocken kriege eh auf tik tok hat sie in die beschreibung das alles verlinkt eine wunderschöne restweihnachtszeit sie